Was versteht man unter Erziehung? Die Erziehung bezeichnet den gezielten Einfluss, den Eltern, Erziehungsberechtigte oder andere Personen, wie beispielsweise pädagogische Fachkräfte, auf die Entwicklung und Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen ausüben, um ihnen Werte, Fähigkeiten und soziale Normen zu vermitteln. Die Erziehung umfasst die bewusste Lenkung und Förderung der körperlichen, emotionalen, intellektuellen und sozialen Entwicklungen eines Menschen. Wieso ist Erziehung so wichtig? Die Erziehung ist wichtig, da sie einen entscheidenden Einfluss auf die persönliche und soziale Entwicklung von Menschen hat. Durch Erziehung werden grundlegende Werte, Normen und soziale Fähigkeiten vermittelt, die für das Zusammenleben in der Gesellschaft entscheidend sind. Die Erziehung fördert nicht nur kognitive und emotionale Kompetenzen des einzelnen Menschen, sondern auch die Entfaltung individueller Potenzial und trägt somit zur Schaffung einer stabilen und werteorientierten Gesellschaft bei. Wie wird erzogen? Es gibt unzählig viele verschiedene Möglichkeiten und auch Standpunkte, den oben beschriebenen gezielten Einfluss auf die Entwicklung und die Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen zu nehmen. Wie ganz konkret und genau das funktionieren kann, genau damit beschäftigt sich die Pädagogik und die Erziehungswissenschaft. Hier gibt es zahllose Ideen, Konzepte, Ansätze und Methoden, beispielsweise die Erziehungsstile nach Lewin und Baumrind, das Konzept der bedürfnisorientierten Erziehung und Pädagogik, aber auch klassische Lerntheorien wie das Lernen am Modell, das Operante und klassische Konditionieren und so weiter. All diese und noch viel, viel mehr Dinge haben es zum Ziel, gezielt Einfluss auf die Entwicklung und Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen zu nehmen, um sie bei der Entfaltung individueller Potenziale optimal zu begleiten und somit auf einer Metaebene auch einen Teil zur gesellschaftlichen Entwicklung beizutragen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Erziehung und somit auch Pädagogik einem stetigen Wandel unterliegt, sich weiterentwickelt und verändert. Diese Weiterentwicklung ist sehr eng mit der Gesellschaft und der Kultur eines Landes verknüpft und nur schwer davon trennbar, teilweise auch einfach hinsichtlich rechtlicher Verankerungen und Gesetze. In extremen Fällen beispielsweise die Fürsorgepflicht und der Schutz vor Kindeswohlgefährdung. Es kann nicht einfach so erzogen werden, wie der Erwachsene es für richtig hält, wenn diese Erziehung Gesetze bricht. Ein anderes Beispiel ist die Schulpflicht. Es ist schlichtweg in Deutschland nicht erlaubt, wenn ein Erwachsener sagt, dass er aufgrund seiner Erziehungsvorstellungen seinem Kind keinen Zugang zum Bildungssystem ermöglicht. Der Begriff der Erziehung. Im Englischen ist der Begriff für Erziehung und für Bildung dergleiche, nämlich Education. In Deutschland ist das nicht der Fall. Der Begriff der Erziehung wird in Deutschland, besonders auch in Fachkreisen, häufig kritisiert. Der Grund dafür ist, dass dieser mit negativen Assoziationen besetzt ist. Die Kritikpunkte sind häufig, dass der Begriff Erziehung implementiert, dass das Kind oder der Jugendliche gezogen wird, in die Richtung, in welcher der Erwachsene es haben will. Dem Begriff wird also ein autoritärer und stigmatisierender Geschmack beigemessen. Wie stehst du zu dem Begriff der Erziehung? Schreibe dazu doch gerne einen Kommentar.